Patrick-Stefan Kluwer-Wirt ist ein ehemaliger niederländischer Fußballspieler und jetziger Teamchef der Nationalmannschaft von Curaçao. Spielerkarriere Im Verein Patrick Kluwer-Wirt war von klein auf Fußball begeistert. Mit sieben Jahren besuchte er mit seinem Vater zum ersten Mal das Stadion zu Amsterdam und mit acht Jahren verkleidete er sich als Maskottchen von Ajax Amsterdam. Nach seinen Anfängen als Straßenfußballer wechselte er von seinem Jugendverein Schelling Wude zu Ajax Amsterdam und genoss dort als Jugendspieler. Die Ausbildung in einer der besten Fußballtalente schmieden der 1990er Jahre. Die Profikarriere begann für Kluwer-Wirt 1994, als er mit 17 Jahren vom damaligen Coach von Ajax Amsterdam Louis van Gaal in die erste Mannschaft berufen wurde. Für den Jugendlichen war die Umstellung nicht schwer, da die Juniorenteams die gleiche taktische Ausrichtung wie die Profis trainierten. Im Supercup-Spiel gegen Fahenort Rotterdam erzielte der Offensivmann gleich sein erstes Dorr. Kluwer-Wirt wurde fortan als Mittelstürmer eingesetzt und führte damit die Tradition der Familie fort. Denn bereits Vater und Mutter waren aktive Fußballer und vor allem Angreifer gewesen. Angesichts des herausragenden Talents des jungen Spielers verwundert er es nicht, dass er bereits früh große Erfolge mit Ajax Amsterdam verzeichnen konnte. Er gewann dort zweimal die niederländische Meisterschaft und zweimal den niederländischen Zupac ab. Sein größter Erfolg bei Ajax Amsterdam war der Gewinn der Champions League 1995. Patrick Kluwer-Wirt erzielte dabei beim 1-0-Sieg über den AC Mailand. Das Tor des Tages. Im Anschluss an den Gewinn der Champions League gewann er mit Ajax auch noch den europäischen Supercup und den Weltpokal. Er erzielte für Amsterdam in 70 Ligaspielen 39 Tore. 1997 wechselte er zum AC Mailand in die Serie A. Dort kam Kluwer-Wirt allerdings überhaupt nicht zurecht und wechselte nach nur einer Saison und sechs Toren in 27 Einsätzen zum FC Barcelona. Bei den Katalanen etablierte sich Kluwer-Wirt schnell und gewann in der ersten Saison in Spanien direkt die Meisterschaft. Kluwer-Wirt erzielte für die Katalanen in 182 Spielen 90 Tore. Im Sommer 2004 ging er schließlich ablösefrei in die Premier League zu Newcastle United. Im Juni 2005 erfolgte der ebenfalls ablösefreie Wechsel zurück nach Spanien zum FC Valentia. Nach nur 190 Spielminuten in der Saison 2005-2006 still unterzog sich Kluwer-Wirt in seiner Heimat einer Knieoperation, da er seit seinem Wechsel nach Spanien von Blessuren geplagt wurde. Im Februar 2006 teilte die Vereinsführung des FC Valentia mit, dass Kluwer-Wirt für acht Wochen pausieren müsse. Da er in der Vergangenheit des Öfteren durch nächtliche Eskapaden Schlagzeilen machte, fand sich in seinem Vertrag eine besondere Klausel. Sollte der Spieler sich dreimal unerlaubt nach Mitternacht in einer Diskotheko-E aufhalten, hätte der Verein FC Valentia das Recht, den Vertrag mit dem Spieler aufzulösen. Nach nur 202 gespielten Minuten in Valentia wurde 2006 sein Vertrag mit Valentia aufgelöst. Anschließend wechselte er zurück in die Niederlande zur PSV Eindhoven. 2007 gewann er mit der PSV erneut die niederländische Meisterschaft. Der Vertrag mit dem von Verletzungen geplagten Kluwer-Wirt wurde danach nicht verlängert. Am 30. August 2007 unterschrieb er beim französischen Klub OSC Lille einen Einjahresvertrag. Nach 13 Spielen und vier Toren für den OSC Lille beendete Kluwer-Wirt im Juli 2008 frühzeitig seine aktive Karriere. Anschließend absolvierte er beim KNVB den Kursus zum Coach-Beteilt-Football. Im Dezember 2009 erhielt er diesen Trängerschein. In der Nationalmannschaft In der niederländischen Nationalmannschaft war Kluwer-Wirt mit 40 Toren aus 79 Einsätzen bis zum 11. Oktober 2013 Rekordtorjäger und wurde dann von Robin van Persie übertroffen, der beim 8 zu 1 gegen Ungarn seine Länderspiel-Tore Nummer 39, 40 und 41 erzielte. Seine Leistung wurde jedoch nur durch wenige Erfolge gekrönt. Bei der Europameisterschaft 1996 schied man im Viertelfinale aus. Zwei Jahre später, bei der WM 1998 in Frankreich, zeigte sich die niederländische Mannschaft deutlich verbessert und drang bis ins Halbfinale vor. Dort allerdings musste man sich nach dem Elfmeterschießen Brasilien geschlagen geben. Für Kluwer-Wirt begann die WM-Endrunde 1998 mit einem negativen Erlebnis. Im ersten Vorrundenspiel gegen Belgien wurde er vom Platz gestellt. Dafür gelang ihm im Viertelfinale gegen Argentinien und im Halbfinale gegen Brasilien jeweils ein Treffer. Das letzte große Highlight setzte der niederländische Angreifer bei der Europameisterschaft 2000 im eigenen Land. Im Viertelfinalspiel gegen Jugoslawien schoss Kluwer-Wirt den Gegner beim 6 zu 1 mit drei Treffern fast im Alleingang ab. Er wurde mit fünf Treffern zum Torschützenkönig der EM. Die Niederlande schied jedoch nach einem denkwürdigen Halbfinalspiel gegen Italien aus. Dabei vergab Kluwer-Wirt während der regulären Spielzeit einen Strafstoß und traf im Elfmeterschießen als einziger Spieler seines Teams. Bei der Europameisterschaft 2004 kam er als einziger niederländischer Feldspieler in keinem Spiel zum Einsatz. Zur WM 2006 fuhren die Niederlande ohne Patrick Kluwer-Wirt. Der Teamchef Marco van Basten verzichtete auf Kluwer-Wirt, da dieser wegen langer Verletzungspausen kaum Spielpraxis hatte. Trainerkarriere Nachdem Kluwer-Wirt in der Saison 2010 Elftel dem Trainerstab von NEC Niemegen angehört hatte, übernahm er zur Saison 2011 Zwölftel beim FC Twente und schiede das Amt als Trainer der zweiten Mannschaft Young FC Twente. In den ersten drei Spielen unter seiner Agile siegte das Team dreimal, darunter 4 zu 0 bei Young Ajax. Und erzielte dabei 15 Treffer bei nur einem Gegentor. Am Ende der Saison gewann Kluwer-Wirt mit seiner Mannschaft die Meisterschaft in der Nachwuchsrunde. Das entscheidende Match, ein 2 zu 1 Sieg am drittletzten Spieltag gegen Young FC Groningen, fand im Stadion die Grollschwester vor 15.000 Zuschauern statt. Im August 2012 wurde Kluwer-Wirt neben Danny Blindko-Trainer des neuen niederländischen Nationaltrainers Louis van Gaal. Diese Tätigkeit übte er bis 2014 neben seiner Trainer-Funktion beim FC Twente aus. Punkt. Er nahm als Co-Trainer an der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien teil, bei der die Niederlande den dritten Platz erreichten. Seit März 2015 ist Kluwer-Wirt als Supervisor-Teamchef der Nationalmannschaft von Curaçao, dem Heimatland seiner Mutter. Er führte das Team in den ersten Wochen seiner Tätigkeit in die dritte Runde der Qualifikation für die WM 2018. Erfolge, Titel. Mit seinen Verein Weltpokal, 1995. UEFA Supercup-Sieger, 1995. Niederländischer Supercup-Sieger, 1995. UEFA Champions League-Sieger, 1995. Niederländischer Meister, 1995-1996-2007. Spanischer Meister, 1999. Gampa Trophäe, 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004. Individuelle Erfolge, Ehrung in bester Nachwuchsspieler Europas, 1995. Ein Star-Team der Europameisterschaft, 2000. Bester Torschütze der Europameisterschaft, 2000. Als Trainermeister der Nachwuchsrunde mit Young FC Twente, 2012. Karrierestatistik. Privatleben. Patrick Kluiverts Vater stammt aus Suriname, seine Mutter aus Curaçao. Er hat zwei ältere Geschwister und besitzt eine Doppelstaatsbürgerschaft. Kluivert war von 2000 bis 2006 verheiratet, aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Mit seiner jetzigen Lebensgefährtin hat er einen weiteren Sohn. Sein zweitjüngster Sohn Ruben spielt gegenwärtig mit Maxim Gulit, dem Sohn von Ruud Gulit, in der Jugend des AFC Amsterdam. 1996 wurde Kluivert wegen eines am 9. September 1995 verursachten tödlichen Autounfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem wurde er 1997 wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt, jedoch freigesprochen, weil sich die Anschuldigungen als haltlos erwiesen. Zudem wurde er im Moment auf der Ehe gingen.